hallo leute willkommen zu einer runde kursgeauft mit avesta und heute mit einer besonderen challenge am start und zwar wie ihr schon gemerkt habe ich keine herzen auf der leiste unten da man nie weiß wie viele herzen man selbst hat ist das eigentlich gar nicht so leicht und ich glaube wir sind low ok irgendwo können wir da abstauben ich höre da irgendwelche fighten ok lol der war gerade irgendwie unsichtbar bei mir ich weiß nicht ob wir den bekommen ok dann haben wir ganz knapp ihr könnt mir auch gerne ein paar challenges in die kommentare schreiben da mir im moment selber nicht wirklich viel einfällt was ich irgendwie generell so bringen kann auf meinem kanal ich weiß jetzt nicht auf wie viel herzen wir sind deshalb gehe ich mal lieber ein bisschen weg ok dann haben wir noch vier pfeile dann können wir vielleicht noch abstauben jetzt wir haben den gerade noch wo nicht abgestaubt aber den staff leider nicht bekommen das ist doof vielleicht können wir den erholen ich weiß es nicht und wir haben den nice leider würde ich sagen wir sehen uns gleich in der zweiten runde so das sind wir in der zweiten runde auf dem map altmetall und irgendwie dachte ich irgendwie die challenge war ein bisschen schwieriger deshalb mache ich jetzt noch eine zweite runde und die ist gleich hintereinander aufgenommen und es leckt den haben wir auch nice wie schon gesagt könnt ihr mir gerne ein paar challenges in die kommentare schreiben da ich im moment selber nicht weiß was ich bringen soll und der hackt aber wir können den killen weil das ncp uns hilft und den haben wir auch nice die challenge ist jetzt nicht wirklich die schwierigste ich dachte die wird ein bisschen schwieriger und die runde könnte halt schon eine ganz gute runde werden mit vielen kills ich habe schon sechs kills die runde läuft halt richtig und da unten sind noch zwei die können wir abstauben theoretisch wenn wir jetzt schnell hochlaufen können wir die abstauben noch wird zurückgepackt und wir kommen genau richtig glaube ich so das sind wir in der dritten runde das eben war gerade ein bisschen fail irgendwie ich weiß nicht wie das gerade passieren konnte der typ hatte ein herz ich hätte ihm einen hit geben müssen dann hätte ich ihn geholt und das schwert haben wir jetzt auch rausgeholt und dann töten wir den da da oben können wir auch noch vielleicht clean oder so das haben wir zwar den haben wir auch meist da können wir auch noch clean aber gerade geht es irgendwie und der ist auch ein bisschen komisch aber wir haben ihn also die challenge ist wirklich irgendwie nicht so schwierig was geben die alle gerade für komische hits ich verschließe es nicht ok ich würde dann sagen das war's mit den runden kurz gehen wenn euch das video gefallen hat leute könnt ihr gerne eine poste oder lassen und dann würde ich sagen leute haut rein